Moin, meine liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on a Dream und heute gucken wir uns nochmal StoneCo an. Ich mache ein kleines Update dazu, weil sie jetzt die Ganzjahreszahlen für 2020 veröffentlicht haben, vor ein paar Tagen. Und ich denke, das lohnt sich, vor allen Dingen mit dem aktuellen Chartverlauf im Zusammenspiel sieht das Ganze ganz gut aus. Schauen wir einfach gleich mal rein. Kurz nochmal, was ist StoneCo? StoCo ist im Grunde eine Payment Processing Plattform mit diversen Geräten halt, auch für Kleinstunternehmer oder Filialen in ähnlicher Form. Bietet aber auch zusätzlich noch Softwarelösungen an für Online E-Commerce natürlich, ganz klar. Aber auch Möglichkeiten, die Kundeninformationen auszuwerten in irgendeiner Form, was so Bedürfnisse, Standardverbrauch und ähnliches darstellt. Genauso geht es dann auch dahin, dass man Statistiken aufstellen kann und natürlich letztendlich auch Informationen oder Vorbereitungen für Finanzamt, Buchhaltung und ähnliches ist alles mit integriert. Aber worum geht es uns heute wirklich? Ich hoffe, man kann das halbwegs gut sehen, aber im Grunde steht vor so ziemlich jeder Zeile Record und das nicht gerade mal mit knappen Ergebnissen, sondern alles ist tatsächlich massiv gestiegen. Sowohl die Anzahl an Nutzern als auch das umgesetzte Volumen an Geld, an Zahlungen in irgendeiner Form und so weiter und so fort. Aber gucken wir uns einfach mal ein paar Dinge ein bisschen genauer an. Sie sind auf ungefähr 650.000 Nutzer im Sinne von Klein- und Kleinsthändler, wobei die neue Plattform, die hier noch ausgeklammert ist, Ton, ist tatsächlich für Kleinsthändler, also vermutlich sowas wie Marktstände auf einem Wochenmarkt oder ähnliches. Das andere wird eher wohl für tatsächlich normale Geschäfte in Anführungszeichen sein oder halt auch größere Kunden mit mehr Kassen und ähnlichen Abrechnungsmodulen oder beispielsweise Restaurants. Ja, hinzugekommen sind knapp 70.000 Kunden und man sieht das hier schon, die aktive Nutzerbasis, wobei sie selber als aktiv das bezeichnen, wer in den letzten drei Monaten in irgendeiner Form eine Zahlung über deren Plattform getätigt hat, ist um 35% im Jahresvergleich gestiegen. Dasselbe gilt ziemlich genau auch im Jahresvergleich für das umgesetzte Volumen an Zahlungen. Das ist ausgeklammert von den ganzen Vouchern, die so im Zuge von 2020 von Regierungen ausgegeben wurden. Ansonsten wäre es halt noch höher, aber wir wollen lieber defensiv bleiben und uns die Zahlen angucken, die auch ohne Sonderereignisse wie letztes Jahr tatsächlich vonstatten gegangen sind. Und alleine im vierten Quartal sind wir jetzt hier auf 64 Milliarden Real hoch. Das muss man ungefähr durch 6,5 rechnen, also ziemlich genau 10 Milliarden Euro haben sie an Zahlungsverkehr umgesetzt. Und wenn man das natürlich hochrechnet, werden wir hier noch bei einer Steigerung von ungefähr 20% aufs Jahr gerechnet, was für 2021 dann, wenn das Niveau gehalten werden kann, schon allein ganz automatisch ohne weiteres Wachstum noch zu erwarten ist. Genauso ist auch das erste Mal in einem Quartal, deren Umsatz auf über eine Milliarde Real, also ungefähr 150 Millionen Euro gestiegen. Genauso sind auch die Zahlen deutlich gestiegen. Genauso ist man ja auch über 30% im Jahresvergleich für Net Income, was ungefähr 50, ein bisschen mehr 50 Millionen Euro sind und so weiter und so fort. Aber das Schöne ist ja, wie gesagt, es ist nicht nur ein Bezahldienstleister für Geschäftsanwendungen, sondern bietet halt auch noch andere Services an und halt zukünftig auch immer mehr, was jetzt auch schon gestartet ist und im letzten Jahr deutlich Fahrt aufgenommen hat, tatsächlich in Anführungszeichen klassische Bankendienstleistungen. Daraus ergibt sich, dass jetzt inzwischen hier schon fast 400.000 Kunden haben, die irgendwelche Softwareprodukte, also im Sinne von Kundenauswertung oder Buchhaltung oder Finanzamtvorbereitung, Jahresabschluss in irgendeiner Form sowas nutzen von Stone Co. Sie haben inzwischen auch über 500.000 Kunden, die ein Online-Bankkonto bei denen eröffnet haben und allein im Quartalsvergleich 150.000 neue Bankkonten quasi dazugekommen. Das ist schon heftiges Wachstum auf jeden Fall. Was mir halt besonders gut gefällt an Stone Co. ist alleine der Ausblick auf 2021. Wir haben ja gerade schon gesagt, sie haben ungefähr 650.000, ein bisschen drüber, aktive Kunden, die in irgendeiner Form ihre Bezahlplattform nutzen. Nicht ganz 400.000, die sonstige Software-Services nutzen und ungefähr 500.000 mit dem Bankkonto plus nochmal neu jetzt 113.000 Kleinsthändler. Und sie wollen auf insgesamt eine aktive Nutzerbasis, also von diesen 650.000 auf über eine Million allein im Jahresverlauf 2021 kommen. Das soll natürlich auch mit zusätzlich Personal passieren, aber bedeutet natürlich auch massiver Umsatzwachstum, was hier sehr wahrscheinlich so weitergehen wird. Kommen wir uns einmal einen kurzen Überblick hier an. Wir werden uns ein paar Dinge auch noch im Detail anschauen, aber das erste sieht man ja schon, haben wir gerade schon gesagt, diese aktiven Nutzer von ihren Bezahlplattformen. Auf die letzten drei Jahre gesehen hat sich das hier irgendwie, naja, nicht ganz verdreifacht. Von 2018 bis jetzt 2020. Die Kleinsthändler ist im Grunde etwas, was sie offensichtlich jetzt erst neu mehr oder weniger so als Zielgruppe adressiert haben. Genauso Kreditkonten hat sich auch jetzt hier irgendwie schon verdreifacht, ein bisschen mehr sogar im Jahresverlauf. Bankkonten haben wir uns ja gerade schon angeguckt. Also es sind alles Dinge, die alles schon gab vor einem Jahr, knapp zumindest im letzten Quartal. Diese Steigerungsraten sind vermutlich nicht ganz repräsentativ, weil viele Dinge, wie man hier halt sieht, 2018 noch nicht existiert haben, also im Laufe von 2019 in irgendeiner Form hinzugefügt wurden. Und das Schöne ist natürlich auch, dass sie immer mehr Kunden haben, die auch noch zusätzliche Finanzprodukte verwenden, wo halt die Zahl hier von knapp 10% auf über 30% gestiegen ist. Und trotz der Pandemie letztes Jahr ist halt die Gesamtprofitabilität letztes Jahr im Vergleich zu 2019 noch weiter gestiegen gewesen. Plus sie haben sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheitsraten nach wie vor. Das war ja auch schon was, was ich im ursprünglichen Video schon mal angedeutet hatte, aber offensichtlich haben sie das halten können. Hier sieht man schon, dass es einige Auswirkungen gerade natürlich im ersten und vor allen Dingen im zweiten Quartal 2020 gegeben hat, die jetzt aber offensichtlich überwunden sind und schon wieder neue Höchststände in den aktiven Nutzerzahlen gegeben sind. Und was gefällt mir besonders gut, es ist halt nicht nur eine Bezahlplattform, es ist nicht nur eine Privatkundenbank-Geschichte, es ist nicht nur etwas, was im Kreditbereich unterwegs ist und auch nicht nur etwas, was im Finanzsoftware-Bereich unterwegs ist, sondern sie spielen in allen diesen Märkten mit und von dem Gesamtumsatzvolumen, was in dem Bereich in Brasilien offensichtlich letztes Jahr umgesetzt wurde, sind sie immerhin schon bei 3% Marktanteil. Das heißt, es gibt natürlich noch sehr viel Wachstum. Natürlich sind sie nicht der Einzige in dem Ganzen, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten nach wie vor für Wachstum. Ja, und was ich halt einfach super stark finde, all die Zahlen, die sie hier präsentieren, das sind immer oder fast immer Quartalssteigerungszahlen. Ja, also vom Online-Banking plus 40% vom letzten Quartal zum 4. 2020 oder Leute, die halt ihre Kreditmöglichkeiten nutzen. Sowohl die Anzahl als auch das Volumen, was da umgesetzt wurde, ist deutlich gestiegen. Dann die Anzahl natürlich, der Kleinsthändler, haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt, hat sich im Jahresverlauf irgendwie verfünffacht oder so in etwa. Und das ist das, was ich meine. Hier kann man halt schön jedes Quartal zurückgucken, ohne dass man jetzt groß rum suchen muss, bis Anfang 2018. Und da sieht man einfach, wie die aktiven Nutzerzahlen von ihren Bezahlmöglichkeiten gestiegen ist. Und im Jahresvergleich halt ungefähr 35% auf über 650.000. Genauso auch das umgesetzte Bezahlvolumen deutlich gestiegen. Selbst wenn man diese Sondergeschichten ausklammert, die im dritten Quartal hier noch über 20 Milliarden Real, also ungefähr 3 Milliarden Euro ausgemacht haben und hier noch ein bisschen über eine Milliarde im letzten Quartal, sieht man ja auch, dass ohne dem trotzdem eine deutliche Steigerung da ist. Und das spiegelt sich natürlich auch im Umsatz wieder. Man sieht hier deutlich, wie es Anfang letzten Jahres bis Mitte letzten Jahres deutlich einen Knick gegeben hat. Aber im Grunde, das stetige Wachstum, der Trend bleibt bestehen. Und das hat dazu geführt, dass man jetzt innerhalb von Ende 2018 bis Ende 2020, dass den Gesamtumsatz mehr als verdoppelt hat, auf über 3 Milliarden Real. Also umgerechnet ungefähr 450, nicht ganz 500 Millionen Euro. Und gleichzeitig schafft man es auch immer weiter, natürlich abgesehen von den Sonderereignissen, die Kostenquote runter zu kriegen. Und gleichzeitig gehen die Margen natürlich immer weiter nach oben. Wir sehen hier auch den kleinen Knick für die erste Hälfte 2020, aber sind jetzt schon wieder mit 35% Margen auf dem Allzeithoch im Grunde angekommen. Hier nochmal die Gesamtübersicht, was Umsätze angeht. Ich hoffe, es ist halbwegs gut erkennbar, aber 4 des Quartals 19 auf 4 des Quartals 20 ist der Gesamtumsatz auf 1 Milliarde Real, also immer durch ungefähr 6,5, muss man das Ganze rechnen, sprich ungefähr 150 Millionen Euro gestiegen mit einer Steigerungsrate von nicht ganz 30% und aufs Jahr gerechnet von 2,5 Milliarden auf 3,3, also fast 30% Steigung vom Umsatz. Wobei die Teile davon natürlich sich aufgliedern, sehr stark die Bezahlfunktion ist mit über 40% gestiegen, Subscription Services mit 30%, die ganzen Kredite und Finanzinstrumente über 24% und andere Geschichten, die eh einen relativ kleinen Anteil ausmachen, sind um 24% zurückgegangen. Aber was man tatsächlich auch nicht außer Acht lassen darf, die Kosten des Ganzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern das einmal Effekte sind, die halt durch die Sondersituation in der ersten Hälfte letzten Jahres vielleicht zum Tragen gekommen sind, dass sie deshalb so stark gestiegen sind, weil wenn das natürlich schneller steigt mit 66% als der Umsatz steigt, muss man das auf jeden Fall im Auge behalten. Genauso die administrativen Kosten mit knapp 70% Steigerung ist natürlich noch deutlich weg von Umsatz, also man ist hier noch locker in der Gewinnzone, aber es ist auf jeden Fall was, was man im Auge behalten muss. Ist natürlich ein bisschen die Frage, ich gehe davon aus, es wird zum Teil auf Sondereffekte und zum Teil natürlich, weil sie auch einige Leute entlassen haben, sind dann natürlich auch Sonderzahlungen, Abfindungen und Ähnliches zum Tragen gekommen. Plus jetzt hat man halt natürlich schon gesehen, okay, die Erholung kam schneller als gedacht, also brauche ich schneller wieder neues Personal. Insofern hoffe ich mal, dass das im Grunde schon ein bisschen vorbeugende Kosten, die da entstanden sind, sind, als dass das jetzt tatsächlich eine normale Entwicklung ist. Ich finde es super angenehm, dass das Management so viel Selbstvertrauen und auch Selbstreflexion an den Tag legt, dass man sowohl das gut gemachte, aber auch das, was nicht so gut gelaufen ist, hier bereit ist zu adressieren und offen zu legen. Macht auf mich einfach einen super angenehmen Eindruck als Investor in der Firma, dass das hier auch in Zukunft sehr, sehr gute Entscheidungen und sehr, sehr gute Entwicklung für die Zukunft bedeuten wird. Gucken wir uns noch kurz den Verlauf an, warum habe ich das erwähnt? Also wir haben es ja gerade schon gesehen, die jährliche Umsatzentwicklung ist super stabil und bietet anhand des vierten Quartals deutlich auch jetzt schon positive Aussichten für die Zukunft. Falls ihr euch ein Konkurrenzunternehmen dazu angucken wollt, dann solltet ihr einen Blick auf Parksegoo werfen, was in etwa eine ähnliche Geschichte ist. Sie haben auf jeden Fall wesentlich mehr Händler als Kunden und auch Bankkonten, aber ich habe den Eindruck, dass sie nicht so ein großes Portfolio abdecken mit Finanzsoftware und Ähnlichem. Insofern, alles in allem, auch was die Wachstumszahl und so angeht, gefällt mir Stonecoo besser. Die Entwicklung der beiden ist in den letzten Wochen ähnlich gewesen, aber für Stonecoo ging es mit über 25% von Mitte Februar deutlich weiter runter als für Parksegoo mit knapp 17% vom Höchststand Mitte Februar. Und da sehen wir natürlich, dass Stonecoo vom Allzeithoch von über 90 Dollar auf 70 runtergefallen ist und damit auf fast die 200 Tage Durchschnittslinie. Also aus meiner Sicht, vor allen Dingen, wenn euch natürlich der Markt und auch die Fintech-Branche interessiert, auf jeden Fall einen Blick wert, würde ich sagen. Die Zahlen sehen stark aus. Die eigene Aussicht für 2021 allein ist sensationell, was sie da alles vorhaben zu erreichen. Die Bewertung ist trotzdem, auch wenn man soweit gefallen ist, nicht günstig. Das muss man fairerweise dazu sagen. Es ist aber natürlich ein starkes Wachstumsunternehmen in, aus meiner Sicht, einer sehr guten Branche und einem sehr großen Markt. Also ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial. Ich werde auf jeden Fall meine Anteile weiterhalten. Das soll es an der Stelle natürlich gewesen sein. Ist wie immer keine Kaufempfehlung, keine Vermögensberatung. Aber wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, denkt dran, arbeitet immer auch in eurem Traum. Macht's gut. Ciao, ciao.